Hey Leute von Xbox Dynasty, ich bin's euer Zorn und im Xbox Live Profil gibt es neue Hintergründe für euch. Pünktlich zur Veröffentlichung heute am 10. November zur Xbox Series X und Series S könnt ihr euer Profil verändern und ich möchte euch in diesem Video das einmal ganz kurz zeigen, welche Hintergründe jetzt neu sind und wechselt deswegen zu den Profilanpassungen, die könnt ihr hier sehen und dann geht ihr auf Design ändern. Vorher gab es nur diese Reihe hier, bis zu diesem Arcade Automaten sag ich mal. So und dann sind jetzt zwei Reihen dazugekommen, hier haben wir Cyberpunk, Destiny und einige mehr. Postet gerne in den Kommentaren, wenn ihr erkennt, welche Spiele hier gerade als Profilhintergrund zu sehen sind. Dann haben wir hier einen neuen Xbox Series X Hintergrund, würde ich mal sagen. Oder generell Xbox, sieht richtig, richtig gut aus. So, dann geht's hier noch weiter. Und zum Schluss, zur Veröffentlichung der Xbox Series S und Series X, noch einmal dieser beiden Konsolen. Ja und ich hoffe dieses Video hat euch gefallen. Ihr abonniert den Xbox Dynasty YouTube Kanal. Wir gehen steil auf die 10.000 zu und mit eurer Hilfe schaffen wir das noch in diesem Jahr. Also bitte, bitte teilt diese Videos, wenn sie euch gefallen. Hinterlasst einen Kommentar und drückt einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf Xbox Dynasty und hoffe, dass die Konsole bei euch allen heute pünktlich ankommt. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Video.